Ja, rumstehen und rauchen, rumstehen, rumstehen und rauchen. Echt, das ist doch mal, ne? Da kann man doch noch, ne? Aber wo kann man denn sonst noch, ne? Also das ist, rumstehen, rumstehen und rauchen. Wir haben dann immer diese Nichtraucher-Nazis, ja? Öh, das stinkt, das ist ungesund. Dabei weiß man doch, die haben bloß Spaß daran, andere rumzukommandieren, ja? Nichtraucher-Nazis. Da kann man doch ansonsten was sterben, ja? Ja, hier, Corona, ja, oder was weiß ich, kann vom Auto überfahren werden. Zack, tot, geht ganz schnell, ne? Lächerlich. Rumstehen und rauchen, rumstehen und rauchen. Obwohl, eigentlich ersetzt die Gefahr, durchs Rauchen zu sterben, doch nicht die Gefahr, vom Auto überfahren zu werden, oder? Also ich meine, wir können ja auch von den Autos überfahren werden. Also die Gefahr durchs Rauchen kommt ja quasi zusätzlich on top, oder? Was sind das denn jetzt hier für Gedanken, bitte? Eben, wirst du jetzt auch zum Nichtraucher-Nazi, oder was? Ja, ich, ich wollte ja nur, ja, dummer Gedanke, dummer Gedanke. Ja, will ich ja wohl meinen, ne? Gefahr kommt hinzu, Blödsinn. Rumstehen und rauchen. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Zack, vom Auto überfahren. Hast du doch auch gesehen, ne? Das war doch hier, ja, das war doch hier gerade so ein blauer Klein-Naster, ja, ja, ja. Und Corona hatte der, glaube ich, auch. Ja, ja, gut. Aber es ist auch nicht besonders schade um den, also ich meine, bei dem Gedankengut. Aber gut, das kann uns ja nicht passieren. Kann uns nicht passieren? Nee, kann nicht. Ja, wir rauchen doch schon. Ja. Also ich meine, das schließt doch aus, dass wir vom Auto überfahren werden, ne? Ja, rumstehen, rumstehen, rumstehen.